In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie sich selbst mit der richtigen Bewegung und Massage gegen die Schmerzen bei Polyneuropathie helfen können. Ich bin Christian Bitzer, Sportwissenschaftler und Sporttherapeut und arbeite in meiner Praxis sehr viel mit Menschen mit Polyneuropathie. Ich möchte Ihnen die beiden Methoden zeigen, die man am einfachsten und wirksamsten selbst zu Hause umsetzen kann. Eine davon richtet sich direkt an die Muskeln, die wegen der Polyneuropathie oft überlastet sind und zusätzlich zu den Nervenschäden Schmerzen verursacht. Wenn man die Muskeln dehnt und massiert, reduzieren sich deshalb oft die Schmerzen. Manchmal wirkt das sehr schnell und die Schmerzen werden schon nach kurzer Zeit besser. Die zweite Methode ist das Training des Nervensystems und des Körpergefühls. Dadurch wird die Verarbeitung der Nervensignale besser, Bewegungen werden flüssiger und kontrollierter und die Schmerzen werden langsam mit der Zeit besser. Wenn Sie beide Methoden, Dehnung und Massage der Muskeln sowie das Training des Nervensystems gleichzeitig anwenden, erreichen Sie den größten Effekt. Was ich hier zeige, ist eine Art Training. Sie halten Ihren Körper in einem guten Zustand, sodass die Schmerzen weniger werden. Das ist allerdings nicht dazu geeignet, die Polyneuropathie zu heilen und soll dementsprechend auch keine medizinische Behandlung ersetzen. Sie können es aber trotzdem schaffen, dass die Schmerzen weniger werden und sich ihre Mobilität verbessert, obwohl die Polyneuropathie weiter besteht. Bei Polyneuropathie bilden sich häufig Verkrampfungen und Verhärtungen in der Muskulatur. Denn durch die Krankheit lässt die Kraft der Muskeln oft nach. Dadurch fällt es schwerer, sich zu bewegen und die Muskeln werden schnell überfordert. Außerdem kann man die Füße auch nicht mehr so gut fühlen und dadurch verändern sich die Bewegungsabläufe, was ebenfalls zur Belastung der Muskulatur beiträgt. Durch die Überlastung bilden sich dann die kleinen Verhärtungen. Man könnte auch sagen, das sind Mini-Krämpfe. Bestimmte Teile der Muskelfasern bleiben also dauerhaft unter Spannung. Und das kann gewaltige Schmerzen auslösen. Bei Polyneuropathie passiert das besonders oft an den Unterschenkeln und in den Füßen. Medizinisch nennt man das das Myofasziale Schmerzsyndrom und umgangssprachlich Triggerpunkte. Trigger heißt auf Englisch Auslöser, es sind also Schmerzauslösepunkte. Jedes Mal, wenn man aufgrund von Überlastungen Schmerzen hat, sind das solche Triggerpunkte und sie sind daran beteiligt. Auch bei vielen anderen Krankheiten und Verletzungen bilden sie sich und verursachen zusätzliche Schmerzen. Sie sind deshalb die häufigste Ursache für Schmerzen am Bewegungsapparat überhaupt. Bei Polyneuropathie wird das allerdings häufig übersehen. Denn wenn einmal die Diagnose Polyneuropathie gestellt wurde, glaubt man schon die Erklärung für alle Schmerzen zu kennen und zieht Muskelschmerzen gar nicht mehr in Betracht. Aber Schmerzen verschiedener Ursache kommen oft gleichzeitig vor. Das heißt, zu den Schmerzen aufgrund von Polyneuropathie kommen dann oft noch Schmerzen aufgrund der Triggerpunkte in den Muskeln hinzu. Es handelt sich also oft um eine Kombination aus Schmerzen verschiedener Ursache und wenn sie die Muskeln behandeln, können sie wenigstens eine der beiden Ursachen verbessern und die Schmerzen zumindest reduzieren. Das Schöne daran ist, dass die Behandlung der Triggerpunkte überraschend einfach ist. Eine einfache Massagetechnik und eine simple Dehnung reichen meist schon aus. Und man kann das Problem nur selbst machen, wenn man weiß, welche Stellen man massieren und dehnen muss. Dazu muss man wissen, dass die Triggerpunkte und die von ihnen ausgelösten Schmerzen häufig an unterschiedlichen Stellen liegen. Sie sehen hier in Rot die Stelle, an der die Schmerzen empfunden werden. Das schwarze Kreuz markiert, wo die Muskelverkrampfung, also der Triggerpunkt, liegt. Sie sehen also, dass der Schmerz nicht dort gefühlt wird, wo die Ursache des Schmerzes liegt. Wenn man dies weiß und auch die entsprechenden Stellen kennt, ist die Behandlung der Schmerzen sehr einfach. Und glücklicherweise wiederholen sich diese Muster immer wieder. Also bei den meisten Menschen machen Triggerpunkte in den gleichen Muskeln auch Schmerzen an den gleichen Stellen. Deshalb kann man vorhersagen, welche Stellen bei welchen Schmerzen massiert werden müssen. Ich zeige Ihnen jetzt als Beispiel die Massage und Dehnung eines sehr wichtigen Triggerpunktes. Er befindet sich im Musculus soleus, in der unteren Hälfte des Unterschenkels und kann Schmerzen an der Ferse verursachen. Um den Triggerpunkt zu finden, drücken Sie an der Stelle, an der das Kreuz ist, in den Muskel. Bewegen Sie die Finger etwas hin und her, um den Triggerpunkt zu suchen. An der Stelle, an der Sie den größten Druckschmerz und vielleicht sogar eine Verhärtung spüren, ist der Triggerpunkt. Um ihn zu massieren, bewegen Sie Ihre Finger etwa 2 cm vom Triggerpunkt nach unten und drücken in den Muskel. Nun bewegen Sie die Finger über den Triggerpunkt, während Sie den Druck halten. An der schmerzhaftesten Stelle sollte ein Schmerz fühlbar sein, der allerdings gerade noch angenehm ist. Drücken Sie also so stark, dass Sie einen Wohlschmerz empfinden, der gerade an der Grenze zwischen angenehmem Druck und richtigem Druckschmerz ist. Nach ein paar Zentimetern wird der Schmerz weniger. Beenden Sie dann die Bewegung und führen Sie die Finger zurück an den Ausgangspunkt. Bewegen Sie während der Massage die Haut mit, das heißt, die Finger rutschen nicht über die Haut, sondern ziehen Sie mit. Wiederholen Sie dann dieselbe Bewegung 10 bis 20 Mal. Und das war schon die ganze Massagetechnik. Wie Sie sehen, ist das recht leicht umzusetzen. Nach der Massage sollten die Muskeln noch gedehnt werden. Beim Muskel, den wir gerade massiert haben, geht das folgendermaßen. Stellen Sie den Fuß auf einen Stuhl und drücken Sie die Ferse nach unten. Wichtig ist, dass die Dehnung lange genug gehalten wird. Am besten wären 1 bis 2 Minuten. Wie Sie sehen, ist die Behandlung der Triggerpunkte sehr einfach. Die einzige Schwierigkeit dabei ist, die richtigen Stellen zu finden, die bei Ihren individuellen Schmerzen massiert werden müssen. Das lässt sich allerdings anhand von Zeichnungen sehr leicht herausfinden. Auf den folgenden Bildern finden Sie sehr häufige Triggerpunkte. Triggerpunkte im vorderen Schienbeinmuskel, Tibialis anterior, an der Vorderseite des Schienbeins, verursachen zum Beispiel sehr häufig Schmerzen am Fußrücken. Triggerpunkte im langen Zehenbeuger, Flexor Digitorum Longus, verursachen häufig Schmerzen im Fußgewölbe. Sie müssen sich also nur die Bilder ansehen und wissen, wo Sie sich massieren sollten. Weitere Triggerpunkte finden Sie auf meiner Internetseite www.bizzer-sporttherapie.de Eine Beschreibung aller Triggerpunkte der Füße mit der passenden Dehnung und Massagetechnik finden Sie in meinem Buch Fußschmerzen selbst behandeln, das zu meinem Schmerzfreiset gehört. Einen Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Sie müssen das Buch nur noch durchblättern und nachsehen, welche Abbildungen zu Ihren eigenen Schmerzen passen. Sie finden dann ganz einfach die Stellen, die Sie massieren und dehnen sollten. Wir kommen jetzt zur zweiten Methode, um die Schmerzen bei Polyneuropathie zu reduzieren. Dem Training des Nervensystems und der Körperwahrnehmung. Normalerweise nimmt man an, dass die Schmerzen bei Polyneuropathie lediglich in den Nerven der Hände und der Füße entstehen. Allerdings hat sich gezeigt, dass auch die Art und Weise, wie die Signale im Gehirn verarbeitet werden, zu den Schmerzen beiträgt. Normalerweise erhält das Gehirn andauernd Signale aus dem Körper. Bei der Polyneuropathie kommt es allerdings zu Schäden der Nerven, insbesondere in den Händen und Füßen. Deshalb kommen nicht mehr genügend und teilweise auch falsche Signale an. Und darauf reagiert das Gehirn und versucht, die Signale trotzdem richtig zu verarbeiten. Bildlich gesprochen hört das Gehirn genauer hin. Das heißt, die Hirnareale, die die Signale aus den Füßen empfangen, werden empfindlicher und nehmen Signale stärker wahr. Das kann zu einer Überempfindlichkeit führen. Dann werden ganz alltägliche Dinge als schmerzhaft empfunden, die eigentlich kein Problem sein sollten. Viele Patienten empfinden dann zum Beispiel den Druck einer Bettdecke oder von rauen Socken als sehr schmerzhaft. Es kann sogar so weit kommen, dass ganz ohne Reiz von außen ein Schmerz empfunden wird. Dass es sich um einen Vorgang im Gehirn handelt, gibt uns aber einen Ansatzpunkt für das Training. Denn wir können zwar die geschädigten Nerven in den Füßen oder Händen nicht wieder gesund machen. Allerdings kann man trainieren, wie die Signale im Gehirn verarbeitet werden. Denn das Gehirn ist das am besten trainierbare Organ, das wir haben. Wenn man das Gehirn trainiert, lernt es, die Reize aus dem Körper besser zu verarbeiten. Und in verschiedenen Studien hat sich schon gezeigt, dass Menschen mit Polyneuropathie, die das Nervensystem trainierten, nachher weniger Schmerzen hatten. Eine Beispielstudie dazu verlinke ich unter dem Video. Es handelt sich jetzt zwar um ein Training, aber dieses Training muss nicht körperlich anstrengend sein. Denn es wird das Gehirn trainiert und nicht die Muskeln. Es handelt sich also nicht um ein anstrengendes Gewichtheben oder Ausdauertraining. Genauer gesagt sollte man eigentlich das Körpergefühl trainieren. Das heißt, man trainiert wahrzunehmen, in welcher Position sich der Körper gerade befindet und wie man sich bewegt. Und dadurch lernt das Gehirn, die Signale der Nerven besser zu verarbeiten. Die beste Methode dazu ist Gleichgewichtstraining. Um das Gleichgewicht zu halten, muss man ständig wahrnehmen, wie der Körper sich bewegt und auf kleinste Änderungen reagieren. Das ist für das Nervensystem Schwerstarbeit. Denn jede kleine Veränderung muss zunächst einmal wahrgenommen werden und dann muss eine entsprechende Antwort darauf gefunden werden. Man muss also sehr schnell reagieren. Funktioniert das nicht, verliert man das Gleichgewicht. Das Nervensystem lernt beim Gleichgewichtstraining also, die Reize aus den Füßen besser zu verarbeiten und dementsprechend besser einzuordnen. Dadurch verbessert sich die Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, aber es verbessern sich auch die Schmerzen. Ich demonstriere Ihnen jetzt einige Beispielübungen, die Sie direkt zu Hause machen können. Die Übungen fangen ganz einfach an und werden immer schwerer. Machen Sie einfach so lange mit, bis Sie eine Übung nur gerade so noch schaffen. Diese ist dann der richtige Schwierigkeitsgrad für Sie. Wenn die Übungen zu leicht oder zu schwer sind, werden Sie nicht hilfreich sein. Achten Sie darauf, dass Sie immer etwas zum Festhalten haben, sodass Sie nicht stürzen können. Idealerweise stellen Sie sich zwischen einen stabilen Tisch und einen stabilen Stuhl, sodass Sie weder nach vorne noch nach hinten stürzen können. Stellen Sie sich jetzt zunächst ganz normal hin und stellen Sie die Füße ganz dicht nebeneinander. Wenn Ihnen das gut gelingt, schließen Sie die Augen. Das Schließen der Augen bewirkt, dass Sie auf die Informationen aus Ihrem Körper angewiesen sind, anstatt auf die Informationen aus den Augen. Dadurch wird das Körpergefühl dann noch gezielter trainiert. Wenn Ihnen diese erste Übung leicht fiel, setzen Sie sie jetzt einen Fuß nach vorne, sodass sich der Fußballen des hinteren Fußes und die Ferse des vorderen Fußes berühren. Versetzen Sie die Füße aber seitlich leicht nebeneinander. Die nächst schwierigere Variante ist, die Füße direkt voreinander zu stellen, sie also nicht mehr seitlich zu versetzen. Auch dies können Sie mit geschlossenen Augen versuchen. Falls Sie diese Übung nicht schaffen, ist das aber völlig in Ordnung. Sie ist schon recht anspruchsvoll und selbst für Menschen ohne Polyneuropathie oft nicht einfach. Falls Ihnen das jetzt immer noch leicht gefallen ist, stellen Sie ein Bein auf ein Balance Pad oder auf eine zusammengerollte Decke. Versuchen Sie jetzt, das andere Bein hinter sich auf die Zehenspitzen zu stellen. Falls Sie bei der letzten Übung immer noch nicht ins Wackeln gekommen sind, dann stellen Sie sich jetzt auf ein Bein. Und als Steigerung können Sie auch wieder die Augen schließen. Die wenigsten Menschen mit Polyneuropathie werden alle diese Übungen auf Anhieb schaffen. Wie gesagt, müssen die Übungen aber genau den richtigen Schwierigkeitsgrad haben. Wenn die Übungen zu leicht sind, erzielen Sie damit keinen Trainingseffekt. Wenn die Übungen zu schwer sind, schaffen Sie sie gar nicht. Und aus dem Laufenden Sie Gefahr zu stürzen. Wählen Sie dementsprechend die Übungen aus, die Sie gerade so schaffen und versuchen Sie, sich langsam zu verbessern. Außerdem müssen die Übungen häufig genug durchgeführt werden. Idealerweise üben Sie 5-10 Minuten täglich und verwenden unterschiedliche Übungen. Wenn Sie eine Übung häufig wiederholen, wird sie Ihnen mit der Zeit immer leichter fallen. Dann sollten Sie sich die nächst schwierigere Übung vornehmen. Außerdem ist es sinnvoll, zusätzlich Übungen für das Gehen sowie Übungen unter Ablenkung einzubauen. Das führt zu einer weiteren Steigerung des Trainingseffekts und zusätzlich zu einem Schutz vor Stürzen. In meinem Schmerzfreiset finden Sie dazu eine Übungsanleitung Bewegung bei Polyneuropathie. Diese enthält 23 verschiedene Übungen für alle Schwierigkeitsgrade. Es sind also Übungen enthalten, die man auch dann machen kann, wenn man nur am Rollator gehen kann. Aber auch schwierige Übungen, die für jüngere und sportliche Menschen mit Polyneuropathie gedacht sind. Im Idealfall beginnen Sie mit den leichten Varianten und arbeiten sich mit der Zeit zu den schwereren Varianten vor. Diese Übungen werden übrigens seit langem sowohl von Leistungssportlern als auch von Senioren eingesetzt. Sie lernen damit, ihren Körper besser zu kontrollieren. Nach einem solchen Training kommt es deshalb zu weniger Sportverletzungen bei den Sportlern, aber bei den Senioren auch zu weniger Stürzen. Für Menschen mit Polyneuropathie heißt das, dass sie sicherer gehen können und weniger zum Stürzen neigen. Denn logischerweise fällt man seltener hin, wenn man ein gutes Gleichgewicht hat. Immer wieder hat sich auch in wissenschaftlichen Studien gezeigt, dass Menschen, die ihr Gleichgewicht trainieren, seltener stürzen. Außerdem kann man seine Bewegung nach einem solchen Training besser kontrollieren. Es fällt also zusätzlich leichter, sich zu bewegen und die Muskeln werden entlastet. Ein Training des Gleichgewichts hilft also nicht nur gegen Schmerzen, es macht es auch leichter und sicherer, sich zu bewegen. Wenn Sie die beiden Methoden, die ich hier vorgestellt habe, ausprobieren möchten, empfehle ich Ihnen mein Schmerzfrei-Set. Darin finden Sie das Buch Fußschmerzen selbst behandeln mit allen Triggerpunkten und Dehnübungen für die Füße. Außerdem die Übungsanleitung Bewegung bei Polyneuropathie mit 23 verschiedenen Übungen für das Gleichgewicht. Ein Bitzer-Pad, mit dem Sie das Üben des Gleichgewichts noch effizienter machen und ein Übungsball. Einen Link dazu finden Sie auch unter dem Video. Weitere Übungen finden Sie aber auch kostenlos unter bitzer-sporttherapie.de. Außerdem biete ich individuelle Beratungen an, für die Sie mich gerne kontaktieren können. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für Sie und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren oder das Video weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. So, Das war哪ig. Ich wünsche euch Sir-Man, es Às Haftart YAOWByweitestI